Was ist das denn für eine Plate-Kiste? What the fuck? Schau mal, das habe ich noch nie gesehen. Laser-Waffe! Jake, ich habe einfach die Laser-Waffe. Let's go, ich spiele sie jetzt. Ich habe ihn gedaunt mit Laser-Waffe. Gedaunt von hier! Und doch! Abin! Ich komme, ich komme. Alles runter? Ja, easy. Ja, 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 da vorne. One-Shot down. Ja, hier. Der ist ein Bot. Er ist One-Shot. Er ist tot. Von mir. Hier. Ab, Bruder. Jo, ihr Harams, was geht ab? Wieder ein neues Gameplay, wieder zwei Gameplays. Wir haben random die Raygun gefunden. Ich wusste gar nicht, dass es hier so, ähm, also sowas gibt. So Easter Egg oder so ein Event, dass du die Raygun hier auf der Map bekommen kannst. Aber mega, mega geil. Wir werden auf jeden Fall auch ein Gameplay reinbringen, wie man das genau bekommt, die Raygun. Und, äh, genau. Schreibt es in die Kommentare, ob ihr die Raygun schon hier auf Rebirth gespielt habt. Also hier auf, äh, Fortune Skip. Lustige Waffe, aber ich sag mal, so für ein Event cool. Aber eigentlich gehört so eine Waffe nicht, ähm, ins, wieder, also Rebirth rein. Naja, wie gesagt. Wir streamen auch täglich auf Twitch Shots. Gerne vorbei. Und auch auf TikTok, wenn ihr mitspielen wollt, wenn ihr quatschen wollt. Also wenn ihr lachen wollt. Wir freuen uns, auch neue Gesichter zu sehen. Ähm, und lasst ja gerne einen kostenlosen Abo da, hier auf YouTube. Vielen Dank für den Support dafür. Ähm, wir laden ja täglich Videos hoch, also Gameplays. Und, genau. Meine Gameplays sind auch nicht um, äh, also ich zeig ja auch nicht, dass ich der Beste bin oder irgendwas. Sondern es macht mir einfach Spaß. Ich lad einfach Gameplays hoch. Müssen auch nicht irgendwie 30, 40 Kills Runden sein. Aber, wie gesagt, ich schaue, dass ich auch ein paar Tipps euch zeigen kann. Ein paar neue Sachen. Ein paar, keine Ahnung, irgendwelche Glitches, irgendwelche Events, irgendwelche Tipps, die ich halt auch irgendwie von anderen Leuten dazu bekomme. Und, wie gesagt, ähm, viel Spaß bei den Gameplays. Macht's gut. Heid! Ah, da ist eigentlich Müll. Okay, gehen wir mal runter was. Keine Ahnung. Ich... Es gibt halt leider Shooter, äh, normale... Ach, Shotgun. Ja, normale Teil nichts, finde ich. Normale... Wie sagt man das? Sagt man das so? Ja, so ein normales Ding, also... Ich weiß schon, was du meinst. Ja, normal halt. Keine Ahnung was. Ohne irgendwelche... Laserwaffen, Fähigkeiten und... Gibt's irgendwie nichts. Ja. Ich warte die ganze Zeit auf X-Defined. Das wird meine... Das werde ich wahrscheinlich extrem suchten. Als Multiplayer. Das war richtig geil. Wer kommt das eigentlich? Keine Ahnung. Ob das jemals überhaupt kommt. Gute Frage. Let's go. Alter, wie lange ich hier rumloote. X-Defined. Moment. Da hast du wenigstens kein komisches Matchmaking, was eh irgendwie getrickst ist in Call of Duty. Dann hast du auch kein... Dass du auf Gegner manchmal weniger Damage machst, manchmal mehr Damage machst. Das ist... Call of Duty ist so manipuliert. Das ist so krass. Vor allem... Dein Deich jetzt sterbt noch. Hä? Ja, ich sterb jetzt. Wo bist denn du? Aber du bist auf der... Warte mal. Ich komm gleich rüber. Ich bin immer noch zu weit weg von euch. Ich weiß gar nicht wie man hier rauskommt. Ich war noch nicht hier unten. Aber ich hör Gegner hier. Ich hör überall Gegner. Ich hab aber echt gut Geld. Wir können eigentlich nicht... Oh, ich hab meine Waffen. Selten. Ich hab's auch gute Waffe, wenn du willst. Kannst da landen. Gute Waffen. Komm, komm. Ja, 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 unten. Ich hab eigentlich meine Waffen... Ja, hier ist ein Gegner, hier ist ein Gegner. Ja, ich komm schon mal die Waffen, komm ich. Ja, 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 da vorne. One shot down hab ich's. Was? Die Waffen finish so schnell, das ist nicht normal. Das ist Raygun daraus. Was hab ich? Das ist Raygun daraus. Nein, nein. Rechts von uns sind die. Das ist ja grad los. Ja, ja, ja. Wir fahren mit dem Haus. Wir fahren mit dem Haus, Raygun. Nach Land. Da, 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 hier. Siehst du die? Da oben? Und er wird von rechts gesnipet. Er wird von hier irgendwo gesnipet. Sollen wir den rechts pushen oder willst du die links? Ja, komm, rechts, rechts. Ja, komm, rechts, rechts. Ja, komm, rechts, rechts. Ja, komm, rechts, rechts. Ja, irgendwo hier drin muss. Ja, hier, 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 hier. Ah, Bruder. Da. Unter uns, unter uns, unter uns, unter uns. Seine Teammates. Es kann nicht sein, Mann. Warte. Jetzt werde ich wahrscheinlich weggesnipet. Seine Teammates sind genau unter uns. Komm rein. Wir müssen wirklich zusammenspielen. Hier ist ein, äh, self. Warte. Das noch. Wo ist die? Lass ihn rechts hin. Lass ihn rechts hin. Lass ihn rechts hin. Lass ihn rechts hin. Der ist in der Luft. Er will hier herkommen. Warte. Welche wollen wir pushen? Da unten rechts? Da, da unten. Warte, hier, hier. Der ist ein Bot. Er ist one shot. Er ist tot. Ja, ja. Der muss nur gefinished werden. Let's go. Dann gehen wir hier vorne. Auf dem Dach. Auf dem Dach. Auf dem Dach. Ja, warte. Ja, ja. Ja, ja, ja. Drin, drin auch. Nicht nur aus dem Dach. Da drin. Da drin. Warte, ich komm zu dir. Gib mir eine Sekunde. Sehr schön. Ich komm zu dir. Wir müssen wirklich zusammenspielen gegen diese Bot-Kinder, die alle Händchen hatten. Da drin ist einer. Der ist hier? Er hat tot, having. Er ist tot, er ist tot. Was ist tot? Er schmeiß halt. Oder? Ja, das ist noch jemand. Ja, ja, ich muss kurz nachladen. Warte. Jetzt. Ich komm, ich komm. Ja, easy. Schau, eigentlich, so muss man das spielen. Schade, dass Nico... Ja, ja, es ist dort. Schade, dass Nico nicht mehr da. Also, er spielt ja nur noch Multi. Eigentlich könnte man mit dir Ranked sogar spielen. Ich spiele halt auch Ranked nicht, weil ich niemanden habe, der spielt. Mev, danke dir, mein Lieber. Kurz, geht raus, kurz, geht. Ist es noch hier welche? Ich höre gerade nichts, weil er hat so laut aus. Ja, ja, ich höre auch nichts. Dann gehen wir Richtung Shop, kurz Drohne. Oder Laudert, oder Laudert, ja, ja. Ja, ich würde halt kurz am Shop Drohne kaufen, weißt du? Ja, komm dann, nimm uns die Drohne. Ach so, warte, nein, 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 wir kaufen Laudert, komm her. Hier, nimm mit, hier liegt er. Alles gut, kauf die Laudert. Danke, die Mev. Hier ist Moni noch. Irgendjemand landet hier. Links, links, links. Nein, 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 hier, 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 vorne, vorne. One shot. Hier, hier. Gedaunt. Ich schmeiß ein Nade rein. Warte, ich nehme noch ein Nade, kommt rein. Wo ist der andere? Auf dem Dach. Auf dem Dach. Um, auf dem Dach, damit. Okay, okay, dann geht es. Nein, nein, ich werde von links angeschaut. Ich werde von hier angeschaut. Pass auf. Ja, ja, über mir, über mir. Genau über mir. Hier. Warte. Rechts, rechts, ich höre, rechts. Er ist rechts. Link, warte. Er ist hier. Mann, er hat es hier drin. Hier ist er. Ich weiß nicht, wie man da hoch... Weiter, er ist hier, hier. Ah, scheiß, was, 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 was. Der Scheiß, Alter. Das ist so ein... Aber er ist hier irgendwo. Er ist 100% hier. Moody, kannst du ihn nehmen? Warte mal, er ist... Er ist unter mir. Ich weiß noch nicht. Ich sehe ihn hier vor mir. Ah, ja, warte, der wird stehen... One-Shot. Hab den. Hast du den noch? Okay, warte. Ich hole ihn. Ich mache ihn... Er ist tot. Ja, bei dir. Oben noch. Auf dem Dach. Auf dem Dach. Geh mal. Dann geh mal, geh mal, geh mal den holen. Der ist da und sehr schön. Hinter uns. Hinter uns. Ja. Sollen wir den hinter uns holen? Ich weiß ja nicht genau, wo der ist. Der ist drinnen wahrscheinlich. Oder oben. Wo ist er? Mach hier mal in die Richtung. Irgendwo hier die Richtung. Ah, da oben. Nein, nein, er ist hier. Er geht links von dir. Er muss links von dir sein. 100%. Er ist hier. Er ist hier noch hier. Er ist rein irgendwo. Wie kommt man da rein? Ja, ich höre ihn. Warte. Semtex. Wie kommt man da hin? Keine Ahnung. Ich auch nicht. Hier, glaube ich. Nein, ich komme nicht hoch. Aber du hast ihn sehr schön. Wo sind seine scheiß Teammates? Die sind hier. Hier, hier, hier. One shot. Hab ihn down. Einer da. Let's go. Schön gespielt von dir. Ich weiß halt nicht, wo die... Ah, unten im Fenster. Wo? Makima? Da so. Okay. Dann geh mal da vorne. Let's go. Irgendwas wurde gekauft. Mehrere. Ich höre irgendwas. Rechts von mir. Irgendwo rechts von mir. Hier, drück doch bei mir, bei mir, bei mir, bei mir, bei mir. Bei mir, bei mir. Bei mir, bei mir. Ich bin runtergefallen. Alles gut. Ja, die sind hier, aber wo? Unten oder oben? Da waren. Unten oder oben? Wo bist du? Oben, oben. Nee, hier oben. Aber komm, deine Nacht. Komm. Ich bin auch rechts irgendwo auf dem Dach oder so. Ich muss weg hier kurz. Warte. Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Jetzt von Randoms angeschossen. Hier ist noch mehr. Hier ist noch mehr. Ich höre das. Warte kurz. Ich glaube, hier ist so viel los. Der holt sich wieder hoch, der Hund. 100%. Ja, über mir sind welche. Ich höre die. Nicht dein Ernst. Bei mir. Nicht dein Ernst. Was für ein Timing. Was für ein Timing. Bruder, ich bin so. Ach komm. Nein, 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 nein. Bruder, was? Die wollen mich unbedingt ficken. Die sind so hart. Bei mir, bei mir irgendwo. Warte, ich komme zu dir wieder. Ich komme zu dir. Warte. Gib mir eine Sekunde. Ich höre rechts von mir. Bei mir, bei mir, bei mir höre ich was. Einer ist unter mir. Warte. Hier bei mir hier. Warni, 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 warni. Habe ich? Gut, sehr schön. Einer war gleich noch links oben. Das ist sogar noch ein Deutscher. Ich komme zu dir, warte. Ja, ich höre Gegner. Ich höre Gegner bei uns. Ich bin bei dir. Warte. Links von uns, links von uns. Hier. Hier. Hier bei mir. Links, hier. Warte. Er will seinen Scheiß wiederholen. Er will seinen Scheiß wiederholen. Hier vorne, hier. Bei Richtung. Hier, hier. 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 Der ist tot. Bye, bye. Warte. Hier, Muni. Okay. Let's go. Was brauchst du? Brauchst du irgendwas? Nee, alles gut. Ich habe noch Scheiße. Gehört. 100%. Links zu mir höre ich irgendwas. Hier, hier. Bei mir. Bei mir. Bei mir. Hier, bei mir. Hier. Der ist tot. Ja, ich muss kurz weg. Natürlich, Baumdrohne. Was sonst? Rotiert. Gibt es einen Shop hier irgendwo? Dann können wir auf Drohnen schieben. Am Ding halt. Am Laudert. Dann lass uns einen Shop. Ja, ja, ich sehe den nicht. Der ist verdeckt. So dumm, ey. Warte, ganz kurz. Ich habe so viel Geld, ich könnte Drohnen spielen. Immer auf Drohnen spielen, wenn wir eh Geld haben. Was ist das? Ich kriege mal Geld ab. So, erste Drohne raus. Warte, ich verbessere sie, ja? Nein, mach nicht. Doch, scheiße. Ich wollte sie verbessern. Warte. Nein, nein, das ist Quatsch, weil du sonst ziehst ja nicht hoch, die Homo oder unten sind. Ich brauche Geld. I need money. Ich habe kein Geld mehr. Scheiße, warte. Warte, dann hole ich noch einen mit. Einer ist für mich. Ich komme zu dir. Nimm sein Geld, warte. Hat er Geld? Gib mal Geld, schmeiß mal Geld raus. Ja. Dann nehme ich das mit. Warte. Okay, geht auf dem Haus, oder was? Gib mir eine Sekunde, ich kaufte kurz noch eine Drohne mit. Soll ich den Teammate kaufen? Scheiß auf ihn, ich kaufe ihn nicht. Er kommt eh. Ich habe eine Flare noch, warte. Ja, ja, ja. Er kommt eh. Gib mir eine Sekunde. Gegnerladen hier. Gegner, hier, hier, bei mir, bei mir, hier oben. Hier oben, oben. Ich muss Drohnen. Drohne raus. Bei mir sind mehrere. Okay, warte. Routine mal zu mir. One shot. Das ist da, das ist da. Okay, aber sind zwei, sind zwei, sind zwei. Warte, der holt sich aber hoch, glaube ich. Bei mir sind auch hier, hier, bei mir hier. Da habe ich. Da habe ich. Alles da oben. Und ja, schon links, 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 links. Links von uns, links von uns. Ich habe hier gesehen, irgendwo. Hier habe ich welche gesehen. Hä, wo sind die? Die waren da auch da welche. Links, links. Es hat jemand, es hat jemand, es hat jemand. Ach so, es ist los. Bruder, wie kann er nicht stemmen? Er ist hier oben. Er ist hier oben. Warst du denn? Der ist runter, der ist runter. Ja, warte, der wird so stehen. Ich habe eine auf dem Tower. Ist da tot hier oben? Nein, ich habe nur einen auf dem Tower. Warte, hier oben, hier oben ist noch einer bei mir. Das sind mehrere, das sind mehrere. Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Pass auf, hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Der ist auch tot. Bei mir sind mehrere, die kommen jetzt alle, die kommen jetzt alle. Siehst du sie? Die kommen von Zone, die kommen von Zone. Warte. Der ist tot. Der ist, der andere ist auch tot. Warte, es sind noch welche, ich höre noch welche. Ich höre noch welche, links oder rechts. Hä? Okay, lass uns rotieren, sonst gehen wir. Auf jeden Fall hier oben, hier oben. Das ist halt, der Sponsor. Warte, ich nade ihn. Direkt auf den Pink, direkt auf den Pink. Ja, ja, ich nade ihn. Noch mal naden. Links von mir, links von mir. Ja, ja, links. Sehr schön. Und rechts, rechts ist immer noch. Ich werde immer noch rechts angeschaut. Noch eine Gasmaske mitnehmen. Ich höre irgendwas. Links von uns. Hier. Hier, bei mir, bei mir, bei mir. Habe ich einen dauernd? Bei mir, bei mir. Einer dauernd, das ist noch einer. Da ist noch einer, da ist noch einer. Da ist noch einer, da ist noch einer. Habe ich auch, sehr schön, sehr schön. Links von uns. Ja, 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 man hört sie auch. Nee, rechts, unter uns, unter uns. Ich höre auch unter uns. Nein, ich werde sterben. Ja, die sind oben, die sind über uns. Die sind über uns. Nein, bei mir. Was für ein Timing ist das denn? Oh mein Gott. Was ist das für Timing? Bei mir, bei mir. Ich höre was bei mir. Bei dir da oben. Ja, ja, ich höre da was. Warte. Ja, links bin ich auch dran. Warte. Ich kaufe noch unsere Drohne. Hier jetzt vorbei für die. Da, der ist da oben. Der ist hier. Hier. Der geht ins Haus rein. Der ist hochgegangen. Der ist oben. Da, er ist hier. Da, wo er landet, sind nur Haram-Camper. Bei diesem Scheiß. Oh Gott, wie viele hinter dir sind. Nicht dein Ernst. Scheiße. Ich habe so eine dumme Waffe. Bruder, nein. Hier liegen so viele. Hier sind so viele down. Nicht dein Ernst. Ja, kannst du alle töten. Kannst du alle töten. Sehr schön, sehr schön. Das war richtig gerade, was du gemacht hast. Ich komme. Ich sage dir, ob ich welche sehe. Hier, glaube ich. Ich brauche nur eine... Ich kann nicht mal Fallschirm ziehen. Bruder, dieses Spiel. Ich wäre safe, aber das muss nicht sein. Alter, der holt mich einfach... Scheiße, Fallschirm, was nicht funktioniert. Rechts bei mir sind drin welche. Ich brauche Blades. Ich brauche halt irgendeine Waffe. Warte, ich kann nicht... Alles gut, alles gut. Abschirm, abschirm, abschirm. Nein, ich habe eine Sniper. Ich brauche eine Waffe. Bist du auch hier eine Waffe? Hier ist noch eine TEC oder so bei mir? Ja, ja. Hauptsache besser als nichts. Warte, ist eine Konterdrohne? Ja. Warum ist einer? Ja, ja. Gib mir eine Sekunde. Wo? Wo ist er? Links habe ich nicht gehört. Nein, nein, nein. Das sind mehrere. Das ist nicht einer. Abin, ich brauche Hilfe. Schau, wie seine Mutter hinterher kommt. Ich komme zu dir, warte. Nicht dein Ernst, oder? Nein, nein, komm nicht, komm nicht, komm nicht. Dann lande ich hier. Du Idiot, Alter. Leg vor seinen Augen eine Mine. Er läuft rein, Digga. Also, es ist so blöd, muss man erst mal zeigen. Ja. Shotgun, ey. Ich habe nicht mal eine Waffe. Aber ich könnte... Er pusht, dieser Organtyp. Ich meine, ob er das kann. Sollen wir da hingehen? Er versucht es. Du musst erst mal Waffe holen. Da ist noch einer. Gib mir eine Waffe. Jetzt habe ich eine Waffe. Bei mir? Schau mal? Doch, er macht schon. Er macht schon. Ich komme nicht hoch. Ich gehe jetzt einfach hier mit Ristol lang hoch. Die sind so bad, dass ich mit Ristol... Sogar von Longshot, Digga, Digga. Hab ich's? Seine Teammates sind von unten. So scheiße. Komm hoch. Wir sind hier wieder alle, gell? Okay, bro. Oh, jetzt habe ich diesen Scheiß-Bug mit der Seite. Wo ich es seitlich sehe. Boah, es ist so laut. Da unten, da unten, da unten. Nein, 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 nein. Bastardkind oben auf den Scheiß-Teil. Du bist doch ein Hund. Ehrenloser. Hab ihr immer noch mich up-aimt? Mut, hast du nichts zu tun? Hier ist noch ein Teil. Sollen wir die pushen oder scheiße auf die? Was musst du da planen? Hab ich hier irgendwo in der Sip? Warte mal, hier ist eine gelandet von mir, glaube ich. Oh, nee, genau. Das ist ein kleiner. Wie können sie... Musst du sagen, keine Ahnung. Sonst scheiße auf dich. Ich geh jetzt zu Sip da und dann blick ich auf dich. Let's go. Es ist so schwer, diese ehrenlosen Hähnchen haltende sonst was zu pushen. Es ist unglaublich, also anzusch... Warte. Ich komme mit. Let's go. Kreis-Wichser, Kinder. Unter dir. Hier. Ja, die kennen wir. Ja. 71 Euro bei mir. Weil er am Bord ist. 222222228 Also, Nate, 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 Nate. Pass auf die Nate. Er kommt doch, er kommt doch, er kommt doch. Ich muss nicht playten. Er ist oben. Sehr schön. Danke für Scheißwaffen, ihr Hunde. Wie die spielen, Alter. Bad, Mann. Ihr seid einfach fucking bad. Ach, er hat die Bluen gehabt. Deswegen hat er so gelasert mit der Scheiße. Ich dachte, mir war... Warte. Schau mal, schauen, wie er rasiert wird. One shot. wie kann man so glück haben wir können hier hier die warte hier hier vorne vorne oder warum sterben wir nicht jetzt sterben alle nicht die sterben nicht die sterben alle nicht ich gehe dahin ja ja der ist tot kind werde ich abend warte ich komme zu dir ich werde angeschossen richtig richtig scheiß words sind wir da rechts da beim loading müssen bei dir sein die minister konnte ich muss mich kurz pläten ich sehe den rechts nicht der sind am haus sagt nicht setzt alle tot mann durch 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 und durchdrücken bringt nichts bringt nichts die richtung laut ist hat keinen sinn es hat auf der er kommt runter zu der in diesem scheiß spiel da ich drücke x es funktioniert einfach nichts es funktioniert einfach nicht als würdest du die drei stunden haben es funktioniert nichts ich drücke jetzt funktionieren ich habe nicht mal plates haben irgendwo plates nein ich will doch nicht den scheiß aufheben da ich hier ist einer auf dach nach man schaut nach habe ich da und er ist tot ihr könnt sie eigentlich pushen ich bin so erholt ihn wieder ich habe keine plates um zu pushen aber links habe ich auch da landet einer bei mir bei mir bei mir bei mir hier landet einer bei mir links 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 von mir sniped hier runter man was ist das denn plate kiste what the fuck schon mal habe ich noch nie gesehen schon mal das habe ich noch nie allein der waffe ich habe einfach die laser waffe lässt auch spielt sie jetzt unter uns sind die unter uns unter uns ich weiß ich habe die laser waffe einfach keine ahnung ich probiere sie jetzt mal wie kommt man da du schaut das ich probiere jetzt ist so schnell das pushen video oder was ich probiere die jetzt mal ich habe die noch nie gespielt wirklich unten drin wäre ich kann nichts mehr warum sterbe ich immer selber durch diese beschissenen killstreaks hinter euch hinter euch wo ist denn hier ein scheiß shop warte mal ich kaufe kurz paar plates unseren scheiß oder drohnen drohnen raus wir können so viel kaufen ich nehme noch kam jetzt warte was ich scharf ist ja ich komme ich mein shop schon mal shop funktioniert bei mir nicht mehr what the fuck ist das spiel guck ich komme nicht mehr am shop ich kann nichts mehr machen hallo das spiel ist so schrott einfach das spiel ist so ein schottspiel das hier spielen muss ach so aber es gibt bringt habe ich gehört nur ich kann nicht mal am shop was kaufen ab 18.000 rechts rechts von mir komme ich in den buschen bei mir jetzt kommen alle seine teammates sind erwarte ich habe ihn gebaut mit later auf das echt von der jaja jack ich habe keine ehne es ist ja keine miss ist auf diesen scheiß bord einfach kein name ist es fägt dich fägt dich hinter uns auch ich hätte von hinten angeschossen warte genau und von ihr und doch auch tot du kannst aber landen dort ja warum krieg kein aim ist das auf die leute er ist und schaut bei dir die bleibt alle tot hinter mir hinter mir ich werde von hinten angeschaut bei euch sind alle tot ja ich habe so viel geld ich kann aber nichts kaufen nimm du das geld hier ich kann nichts machen ich weiß mal eine raus scheiße ich habe gelesen da ist noch ein da ist noch einer über die über die über die über die hinter 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 alles gehört zur welt die kommen die buchten sie buchten uns kaufst du kaufst uns was du hast eh geld abend ich bin mit der laser waffe ich bin so ein ehrenloser hund die pusten die pusten er ist man schaut er sagt du shop oder sowas ich habe keinen teil ich habe keine zweite waffe was ich brauche ich brauche eine mp ich habe keine mp ich brauche eine mp die buchten buchten uns glaube ich okay gasmasken und so hast du ja ich brauche eine mp alter ich brauche eine scheiße mp gegner 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 ja ja doch genau ich habe keine mp kann was sie machen was machen wir das team jetzt wo was machen wir einfach lächer die haben jetzt einfach da wegen uns 30.000 rausgezogen ich habe es ausgegeben wieder gekauft naja die haben jetzt zwei leute gekauft nach der runde verlassen auf jeden fall alles klar da landet doch einer gerade bruder die team jetzt sind so dumm einfach das unglaublich die sind alle unter euch below you guys the old below you wo schaust du hinschaut warum schaust du da hoch schon wieder gekauft ich habe gestern auch was kein komisches gespielt ich habe gestern so bei mehrspieler alles offen gehabt sniper modus wo du nur mit messer rumläufst oder mit einer shotgun ein team messer ein team shotgun die die teammates sind so lost es ist unglaublich schon was sie machen dreimal darf ich raten dass ich gleich dass wir verlieren wird unser team jetzt lost sind es gibt auch eine linke seite der wird nicht da rechts vielleicht kommen er schaut nur in eine seite bruder wie oh mein gott er zone er zone und stellt sich nach vorne also nicht ein bisschen weißt du gut schau ich gehe raus das wird nix mehr mach's gut was sagst du jack dass er nicht mal geguckt hat wo links und rechts wir haben gewonnen doch gg guys wir hören uns Vielen Dank.